Mich hat vor kurzem ein sehr guter Freund gefragt, Till, wie schaffen es Profis eigentlich auf Knopfdruck kreativ zu sein? Und dieses Gespräch war super interessant, weil wir viel darüber geredet haben oder ich habe zumindest meine Erfahrung dargelegt, dass ich niemanden kenne, der wirklich auf Knopfdruck kreativ sein kann, sondern dass da einige Sachen hinten dran stehen. Und ich kann es quasi runterdampfen auf drei Aspekte, die für Kreativität unfassbar wichtig sind und die werde ich mit euch in diesem Video teilen. Die Idee, dass es Leute gibt, die wirklich so sich einfach hinsetzen müssen und dann zack kommen irgendwelche kreativen, tollen Inspirationen, ist sehr, sehr verbreitet und nach wie vor irgendwie ein Mythos, der schwer totzureden ist. Und ich will mit dem ersten Aspekt anfangen, den ich für mich entdeckt habe, der wichtig ist, wenn wir überhaupt kreativ arbeiten wollen. Und zwar nenne ich es das Grundrauschen. Grundsätzlich geht es mir darum, dass Inspiration und die Idee um Inspiration oder inspiriertes Arbeiten sehr passiv ist. Das heißt, man hat immer so diese Idee, ich sitze irgendwo und dann passiert irgendwas und ich bin inspiriert und dann kann ich was machen. Das passiert allerdings Leuten, die das beruflich machen oder zumindest viel auch kreativ arbeiten, relativ, also eigentlich genauso häufig wie allen anderen auch, nämlich nicht so häufig. Und Inspiration ist meiner Erfahrung nach nichts, was einfach nur zu uns kommen kann, sondern etwas, was man auch suchen muss und dementsprechend auch quasi sich dafür sensibilisieren muss, wo überhaupt Inspiration herkommen kann. Das bedeutet, Inspiration kann eigentlich überall um uns herum entstehen. Es ist nicht nur, wenn wir auf der Couch sitzen oder abends im Bett liegen und quasi ein ganzer Song schon in unserem Kopf entsteht, die dann aber dann nicht aus unserem Kopf rauskriegen und nicht rechtzeitig auf Papier schreiben können, bevor er wieder weg ist. Das ist keine Inspiration. Inspiration passiert die ganze Zeit überall um uns herum. Wir müssen nur die Inspiration als solche auch wahrnehmen. Wenn wir uns mal ein bisschen Texte von bekannten Songwritern angucken oder Musik von Leuten oder Bilder oder was weiß ich und alle möglichen kreativen Werke sozusagen ansehen und dann vielleicht in Interviews hören, was die Leute dazu erzählen, dann findet man relativ schnell raus, dass diese Leute aus allen möglichen Dingen Inspiration schöpfen. Sei es jetzt ein Interview, das sie im Fernsehen gesehen haben, ob sie irgendwo einen Spaziergang gemacht haben und irgendwie Vögel lang geflogen sind oder, oder, oder. Das heißt, Inspiration oder Kreativität ist eine Geisteshaltung. Und Inspiration ist, finde ich, auch so ein bisschen eine Einstellungssache. So, nehme ich das, was um mich herum ist, als inspirierende Welt war oder sage ich einfach nur so, nee, Inspiration ist dann da, wenn ich quasi Platz dafür schaffe und entweder die kommt dann oder halt nicht. Und ich denke, dass der zweite Ansatz auf jeden Fall nicht gut funktioniert, dass der aber häufig so gefahren wird. Und was dabei vergessen wird, ist, dass die Zeit, in der wir uns hinsetzen und wirklich kreativ was arbeiten, das ist nur ein kleiner Aspekt von der Geisteshaltung, die dahinter steht. Das heißt, wenn wir, ich sage mal ganz plattgerechnet 16 Stunden am Tag wach sind, haben wir potenziell 16 Stunden, in denen uns was Inspirierendes passieren kann. So, und was wir dann daraus machen, in der Zeit, in der wir wirklich kreativ arbeiten, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Wenn euch dieser ganze Prozess kreatives Arbeit noch nicht so was wirklich was sagt, checkt gerne mal die Videobeschreibung. Da habe ich diese Sachen alle nochmal ein bisschen im Detail zusammengefasst, kann man sagen. Ich habe auch einen umfangreichen Songwriting-Workshop gemacht. Ich habe über den kreativen Prozess ein Video gemacht. So, wenn ihr euch dafür interessiert, dann checkt das gerne alles mal ab. Aber der erste Punkt, den ich wichtig finde zu etablieren, ist, dass kreativ sein und kreativ arbeiten und kreativ denken ist nichts, was einfach nur einmal die Woche oder einmal im Monat irgendwie so passiert, sondern ihr müsst dieses Grundrauschen in eurem Leben etablieren und euch sensibilisieren für mögliche Inspirationen, damit euer kreativer Prozess auch vernünftig funktionieren kann. Diese erste Frage leitet erfahrungsgemäß immer zur zweiten Frage, und zwar, wie kann ich denn sagen, was Inspiration ist und was ist denn überhaupt wichtig? Und mein zweiter Punkt ist da, dass die Grundeinstellung sein muss, alles ist wichtig. Ich möchte hier einen Begriff verwenden, den ich von Julia Cameron kenne, eine großartige Songwriterin bzw. auch Kreativ-Coach sozusagen aus den USA. Und die verwendet gerne den Begriff des inneren Künstlers, zumindest kenne ich den Begriff des inneren Künstlers von Julia Cameron. Das Buch von Julia Cameron findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Und der innere Künstler ist ihrer Definition nach ein Teil unseres Wesens, also ein Anteil von uns, der quasi für die kreative Arbeit zuständig ist. Und unser kreativer Künstler ist quasi, den können wir uns so vorstellen, dass das jemand ist, der immer wieder zu uns kommt und sagt, guck mal, das ist doch interessant, guck mal, das wäre doch spannend, guck mal, das ist doch schön, das ist doch witzig, das ist doch lustig, das ist doch irgendwie emotional und so. Es gibt wenig Sensibilisierung für diesen inneren Künstler. Zumindest begegnet mir das selten in meinem Alltag. Und ich bewege mich ja jetzt schon in einem Kreis, der irgendwie schon auch was mit Musik und Kunst zu tun hat. Und was ich wichtig finde, ist, dass wir uns auf diesen inneren Künstler einlassen. Dass, wenn unser innerer Künstler uns was zuträgt, also zum Beispiel, wir laufen irgendwo lang, wir gehen spazieren an einem Fluss und gucken in den Himmel und da passiert irgendwas mit den Farben und das macht irgendwas mit uns. Und dann kann man das natürlich erstmal einfach so wahrnehmen und einfach schön finden. Oder wir nehmen diese Emotionen oder vielleicht, wenn uns ein Satz dazu einfällt, sowas wie der Himmel stand in den buntesten Farben, habe ich mir jetzt einfach so, wäre jetzt so ein Satz, der einem da kommen könnte, dann müssen wir das aufschreiben. Denn das ist quasi eine Sache, die unser innerer Künstler uns gerade vorgeschlagen hat. Und es ist eben eine andere Einstellung, oder eine andere Einstellung, wenn wir dann sagen, oh, das ist ja schön und dann uns wieder dem nächsten Schritt zuordnen. Oder wenn wir sagen, ah, das ist ein schöner Vorschlag, ich behalte das mal. Denn erstens ist es eine Wertschätzung unserem inneren Künstler gegenüber, was sehr wichtig ist, denn so stehen wir überhaupt erst in Verbindung. Und wenn wir uns mit unserem inneren Künstler mehr verbinden, dann wird er auch aktiver werden. Das ist wie mit einem kleinen Kind, das zu uns kommt und sagt, guck mal, ich habe hier was Schönes. Und wenn man dann sagt, ja, ja, geh mal weg, dann wird das vielleicht beim nächsten Mal nicht so enthusiastisch ankommen und beim dritten Mal vielleicht schon gar nicht mehr. Und wenn wir dann immer sagen, oh, toll, das ist ja schön, das nehme ich mal, dann ist das Kind zufrieden und freut sich und wird beim nächsten Mal wieder genauso enthusiastisch ankommen. Und unser innerer Künstler hat auch so etwas sehr Kindliches und so etwas sehr Freudiges und sehr Energetisches, aber eben nur, wenn wir ihn auch wertschätzen und ihm auch Raum geben und ihm das Gefühl vermitteln, dass wir das wertschätzen, was er uns quasi bringt. So, und um eben in diese Verbindung zu gehen, müssen wir die Dinge ernst nehmen, die uns von ihm gebracht werden. So, das ist der eine Aspekt. Und der nächste Aspekt, und damit gehe ich dann jetzt schon so ein bisschen in den dritten Punkt, wenn wir jede Inspiration, die wir über den Tag so bekommen, aufschreiben, aufnehmen, sammeln, irgendwo hin tun, dann sammelt sich über die Zeit ein riesiges Archiv. So, wenn wir jetzt jeden Tag einen Satz aufschreiben, dann haben wir nach einem Monat 30, beziehungsweise so um die 30, 31 Sätze zusammen. Und das sind dann ja oft die guten Sätze, mit denen man arbeiten kann. Oder zumindest sind das irgendwelche Vorschläge. Und das heißt, wenn wir uns dann mal hinsetzen, dann standen wir nicht bei einem weißen Blatt, sondern wir haben ein weißes Blatt. Wir haben aber auch schon jede Menge Zeug, das uns irgendwann mal eingefallen ist, das potenziell gut ist. Und diese Idee von, ich fange mit einem weißen Blatt an und fange dann an vom Scratch, das kann man natürlich machen, aber die meisten Leute, die ich kenne, die kreativ arbeiten, haben dieses weiße Blatt und haben ein riesiges Archiv drumherum, aus dem man sich dann immer wieder Sachen nehmen kann. Und das ist eben der dritte Punkt. Baut auf jeden Fall ein Archiv auf. Mein Archiv ist, glaube ich, einer der wichtigsten Aspekte in meiner kreativen Arbeit überhaupt. Denn manchmal habe ich eben nicht viel kreative Energie über den Tag und spiele einfach nur ein bisschen auf der Gitarre rum. Dann habe ich aber ein Riff, das toll ist. Und dann nehme ich das kurz auf und dann habe ich das. Und das gibt mir einfach über die Zeit ein wahnsinnig gutes Gefühl, dass ich weiß, okay, wenn ich mich jetzt hinsetze und ich habe den Impuls, was Kreatives zu tun. Vielleicht fällt mir an dem Tag nichts Kreatives ein, aber ich habe ja Sachen, wo ich anfangen kann. So, und dieses Archiv, meiner Erfahrung nach muss das Archiv drei Sachen erfüllen. Und zwar, erstens muss es eine Sammlung aller eurer Ideen an einem Ort sein. Wenn ihr fünf Ordner habt, die irgendwo rumliegen, ist es kein gutes Archiv. Weil wenn ihr dann anfangt, euch hinsetzt und aus dem Archiv was holen wollt und erst mal loslaufen müsst und suchen, wo es ist, ist es schon kein guter Start, um da irgendwie mitzuarbeiten. Das ist so, wie wenn ihr arbeiten wollt und müsst erst mal eine halbe Stunde euren Schreibtisch aufräumen. Dann ist der Drive schon wieder so ein bisschen raus. Der zweite Aspekt ist, dass das Archiv leicht zugänglich sein muss. Das habe ich schon ein bisschen angerissen. Aber es darf nicht irgendwo ein Blätterstapel irgendwo ganz unten im Schrank sein, sondern es muss wirklich einfach zugänglich sein. Binnen zehn Sekunden, sage ich mal. Und der dritte Punkt ist, euer Archiv sollte so etwas wie eine geordnete Unordnung haben. Ich werde das jetzt im Detail nach meinem Anschluss erklären. Zum ersten Punkt. Es sollte an einem Ort sein. Ich habe alle meine Ideen, sei es Text oder Musik, ich habe das alles in meinem Smartphone gespeichert. Ich habe einmal die Diktierfunktion, wo ich alle Ideen aufnehme, die mir auditiv kommen. Das heißt, wenn ich einen Gitarrenriff habe, wenn ich eine Idee für eine Melodie habe, wenn ich eine Idee für einen Rhythmus habe oder einfach nur eine Idee, ach, ich könnte ja mal irgendwie dies und das und jenes machen, spreche ich mir das kurz in meine Diktierfunktion ein und habe dann einfach eine relativ lange Liste mit verschiedenem Audiomaterial. Wie ich das organisiere, erkläre ich im nächsten Schritt nochmal. Dann habe ich mein Archiv nochmal unterteilt in das und ein Textarchiv. Denn Texten ist für mich ein anderer Prozess als Musik, also auditiv was machen. Texten ist für mich mehr so das Ding, ich setze mich hin und schreibe Sachen auf, aber manchmal habe ich eben auch nur einzelne Sätze und das habe ich alles in meiner Notizenfunktion. Der Vorteil bei meinem Archiv ist, da ich das alles auf dem iPhone habe, habe ich das automatisch durch die Synchronisierung auch gleichzeitig auf meinem iPad und gleichzeitig auf meinem MacBook. Das heißt, das erfüllt schon den zweiten Aspekt. Ich habe, egal wo ich bin, solange ich irgendein technisches Gerät habe, kann ich sofort immer auf mein Archiv zugreifen. Und ich würde euch empfehlen, auch wenn ihr jetzt nicht nur Apple-Produkte habt, euch irgendwie das so hinzubasteln, dass ihr entweder euer Archiv irgendwo speichert, wo ihr leichten Zugang habt, entweder ihr seid viel zu Hause, so zum Beispiel durch Homeoffice und ihr habt einen Ordner, wo alles drinsteht oder ihr macht das auch ein digitales Archiv und sucht euch irgendwo einen sicheren Cloud-Server, wo ihr sagt, da kann ich von überall zugreifen, ich muss mich nur kurz einloggen. Zack, da ist alles. Denn manchmal sitze ich am Schreibtisch und ich weiß jetzt gerade nicht, wo mein Handy ist und ich habe eine coole Idee, die muss ich jetzt sofort aufnehmen. Dann mache ich das eben kurz über meinen Rechner und nicht über mein Smartphone. So, also das sind so die ersten beiden Aspekte, denn wenn ihr einfach, wenn ihr irgendwie was mal aufschreibt und dann legt ihr es mit einem Zettel in irgendeine Schublade, den findet ihr nie wieder. Egal, ob ihr dann danach sucht oder vielleicht findet ihr ihn irgendwann mal durch Zufall wieder, aber das ist nicht die Idee von einem Archiv. Ein Archiv sollte ein Ort sein, der leicht zugänglich ist und wo alles auf einem Haufen sozusagen gespeichert ist. Der dritte Aspekt hat was mit der, auch mit der Zugänglichkeit eures Archivs zu tun und ich habe das am Anfang so ein bisschen als geordnete Unordnung bezeichnet, denn was ich mache, wenn ich was aufgenommen habe, ich benenne es oft sofort. Also wenn ich zum Beispiel hier in meinen Apps bin und ich habe meine Sprachmemos, dann könnt ihr sehen, ich habe zum Beispiel hier Kapo-Ideen. I can't help myself. Aufnahme 6 habe ich einfach noch nicht benannt. Dann habe ich Two Birds New. Ich habe hier eine Bridge aufgenommen. Ich habe Aufnahme, Aufnahme, Aufnahme. Das sind alles Songs, denn das sind entweder sind das schon Songs, die ich irgendwie, also Sachen von Songs, die ich nochmal bearbeitet habe oder ich habe halt eben teilweise unbeschriftete Aufnahmen. Ich lasse das erstmal zu, dass diese Liste existiert mit irgendwie unbeschrifteten Sachen. Ich nehme mir aber so einmal alle zwei bis vier Wochen Zeit, gehe diese ganzen Aufnahmen durch und benenne die und sortiere die auch in Unterordner. Denn ich habe manchmal fünfmal den gleichen Kram aufgenommen. Also ich habe dann an einem Song gearbeitet über vielleicht eine Woche und habe einfach ganz, ganz viele Takes von verschiedenen Formteilen dieses Songs. Und dann gehe ich eben zurück und habe hier eine Ordnerstruktur, wo ich dann zum Beispiel, hier seht ihr meinen Archiv von Anna, der hieß am Anfang noch Riverside, der heißt jetzt Anna, der ist auch schon veröffentlicht auf meinem Kanal. Könnt ihr in der Videobeschreibung gucken, wenn ihr den Link sucht. Da habe ich elf verschiedene Aufnahmen von. So, ich habe verschiedene Ideen. Ich habe irgendwie eine Hook-Idea gehabt. Ich habe eine Idee für das End gehabt. Ich habe dann mal voll aufgenommen. Dann habe ich nochmal die Bridge geschrieben, nochmal eine neue Bridge geschrieben und so weiter. Und damit das nicht alles irgendwo rumfliegt, habe ich mir das einmal in einen Ordner gepackt. So, das Gleiche. Ich habe hier Two Birds. Hieß ursprünglich mal Waterslide. Da habe ich 20 verschiedene Versionen von und 20 verschiedene Schnipsel gehabt. Die habe ich alle an einen Ort gepackt. So, die müssen nicht alle perfekt heißen. So, das ist von Minute 2.15 bis Minute 2.30. So, aber dass man das so ungefähr wieder nachvollziehen kann, wenn man nochmal drauf guckt. Denn nehmen wir mal an, nehme ich mal an, ich habe jetzt zwei, drei Wochen keine Zeit dafür, mich mit den Sachen zu beschäftigen, weil ich viel Arbeit habe. Ich muss viele Videos vorbereiten. Ich fahre vielleicht auch mal in den Urlaub, wo ich dann nichts schreibe und gehe dann nach drei Wochen wieder in das Handy rein oder in mein Archiv rein und denke mir so, was denn hier passiert? Und ich finde überhaupt nichts wieder und muss erstmal wieder eine halbe Stunde Sachen suchen, bis ich überhaupt was machen kann. Das ist unerquicklich so. Das heißt, ich versuche, mir immer Organisationszeit zu nehmen, um dieses Archiv zu sortieren. Auch gerne ein bisschen unordentlich sortiert, aber es muss irgendwie eine Struktur haben, dass ich mir nicht erst wieder komplett durch alles durchwühlen muss. So, und so habe ich hier eben verschiedene Sachen, die schon unterschiedlich weit entwickelt sind. Day 3 ist relativ weit entwickelt. Blue Moon, da habe ich erst zwei Ideen zu. Dann I Neglect, habe ich irgendwie auch erst nur zwei Ideen. Unsteady ist schon ein fertiger Song, das weiß ich aber und so weiter und so fort. Und unten habe ich noch einen Ordner, der heißt Full. Da sind einfach die ganzen Songs drin, die ich schon geschrieben habe, die fertig sind. Egal, ob ich die später nochmal benutze oder nicht. Da findet ihr auch noch weitere Informationen in meinem Video zum kreativen Arbeiten. Aber so sieht eben mein Archiv aus. Also ich habe hier einmal alle Aufnahmen. Das sind einfach über 466 Aufnahmen unsortiert. Und dann habe ich die alle nochmal in Ordnern gepackt, damit ich alles super schnell wiederfinden kann. Das gleiche habe ich natürlich auch nochmal für mein Textarchiv gemacht. Und das ist eben wichtig zu machen, seit ich angefangen habe, dieses Archiv wirklich ernst zu nehmen und dieses Archiv auch mal wirklich aktiv zu organisieren und Dinge zusammenzuführen und irgendwie zu klären, ah, okay, was habe ich denn da für Sachen? Ich habe manchmal Aufnahmen gefunden, an die ich mich schon gar nicht mehr erinnert habe und dann dachte, wow, was für ein cooles Riff. Two Birds war zum Beispiel so ein Fall, auch ein Song, den ich bereits auf YouTube veröffentlicht habe, den ich sehr gelungen finde. Das war auch beim Durchgehen meines Archivs, habe ich dieses Hauptgriff wiedergefunden und dachte mir, okay, ich erinnere mich nicht daran, das geschrieben zu haben, aber offensichtlich spiele ich es da ja gerade. Und dann habe ich es nochmal nachgespielt und war so, ah doch, der Tag, da habe ich das, da fiel mir das ein, ich habe es kurz aufgenommen und dann einfach zwei Monate lang vergessen. Das wäre halt für immer weg gewesen, wenn ich mein Archiv nicht gehabt hätte. Und daraus ist, wie ich finde, ein total schöner Song entstanden. So, und das sind eben so die drei Sachen, die mir am aufdringlichsten immer kommen, wenn es um die Frage geht, wie kann ich denn auf Knopfdruck kreativ sein? Die Antwort ist, die meisten Menschen können nicht auf Knopfdruck kreativ sein, deshalb ist es wichtig, sich ein Fundament zu schaffen. Das Grundrauschen, das heißt, wir sensibilisieren uns für die Inspiration, die uns jeden Tag begegnen. Dann das Alles-ist-wichtig-Prinzip, dass wir alle Ideen auch erstmal sammeln und man weiß ja nicht, was daraus entsteht. Vielleicht führt nie was aus einer Idee, vielleicht wird das ein Riesenhit, das wissen wir am Anfang der Idee, aber immer noch nicht. Und drittens, dass wir ein Archiv nicht nur anlegen, sondern auch ein bisschen moderieren, sortieren und auch eben immer mal wieder reingucken, um zu sehen, was uns denn da so alles eingefallen ist. Das war mein Video zum Kreativsein auf Knopfdruck. Wenn ihr euch für noch mehr Themen zum Songwriting und generell zum kreativen Arbeiten interessiert, checkt gerne die Videobeschreibung, da habe ich euch meinen Songwriting-Workshop, meine kreativen Videos, mein Video über Texten und so weiter und so fort alles verlinkt, findet ihr alles auf YouTube. Und wenn ihr Fragen habt zu diesem oder zu anderen Themen, schreibt mir gerne einen Kommentar und lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Abo da, wenn euch der Kanal gefällt, besucht auch gerne meinen Kanal für noch mal Videos zum Thema Gitarre und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.